Oder das benutzen. Ich war kaputt, aber Trinity macht uns wieder ganz, gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Ja, spiel ja schon. Richtig muss. Machen wir mal plötzlich kein Lister. Was kann ich doch hier anzünden, oder? Hm. Machen wir mal irgendwas, kann ich doch hier machen. Ah, noch was? Mal kicken. Heilpflanze. Pflanze. Ja. Ich würde auch mal kicken. Ja. 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 Der Sohn kam uns ja So, wo geht's jetzt weiter? Was soll ich jetzt machen? Dann geh ich mal zurück Das ist ein Pfeil Und mal gucken, ob ich das lesen kann Da gibt's nichts mehr zu lesen Geht's hier lang? Da geht's lang Ich würde ein Bär, wa? Verdammt Er ist noch da Wie wechsle ich nochmal die Waffe? Warte mal Wie war das nochmal? Äh, V? Oh? Oh? Hmm. Mal gucken. Da muss ich hin. Jetzt bin ich mal gespannt. Da ist was, da ist was, da ist was. Pfeile für später. Gut. Gut, sonst ist hier weiter nichts. Okay. So, jetzt geht's um den Bären. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Wo ist der? Zu eng zu kämpfen. Ich locke ihn raus. Wo ist der Bär? 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 So funktioniert das nicht? Wo ist der Bär? 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 Oh, das ist ein Schmuck. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Wo ist der Bär? Der Bär? Wo ist 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 der Bär? So. Bis jetzt. Runtertratschen. So, geh mal runter. Mal gucken, was da unten so schönes ist. Bäm. 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 nur zwei Fede in der Kiste Ziele und was da drin Waffenteile also das heißt jetzt wo war das nochmal Taster 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 naja was ist das denn eigentlich überhaupt ein Reh jetzt hab ich das Lederort Schoprolle der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet der Trinity Orden war deutlich ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben aber er entkommt mir er durchquert das Land der Schasaren und den Kaukasus hier bin ich im Nachteil ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren der Prophet so scheint es spricht jede Sprache wie seine Muttersprache hm was denn so wo geht's jetzt denn durch die Mord natürlich und rein in die Judestube suchen sie entlang des mordlichen Wichs nach Spuren das verlorene Stadt ah ok daneben daneben schade nochmal er hat das Land der Russ durchquert ich habe das Gefühl dass er mich verhöhnt wartet bis ich einen Tagesritt entfernt bin und dann weiter zieht ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar halt gemacht der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben ich habe am Ufer übernachtet und ein junger Mann der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug versuchte mich zu töten ich habe an ihm ein Exempel statuiert und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich ich muss bald weiter seine Wirbels verbreitet sich alles klar so wird mich nicht runtergefallen das hätte übel aussehen können so jetzt nochmal Anlauf spring und ja kaboom man man du hast ja aber Pesch das hat wohl nichts gebracht also mich runter Grieß Grießmäuschen Grieß scheiße das wird echt kalt ja da will ich auch nicht in deiner Stelle sein sieht das wie ein Abfluss System eine Pfeilspitze aus Knochen sie scheint mongolischer Herkunft zu sein gut zu wissen so clever alte rechte Maus ach ich kann doch tauchen guck mal gucken wo das hier hinführt nehmen wir es da oben eine Paisa diente als eine Art Ausweis wer sie besaß konnte im Namen des mongolischen Reichs sprechen okay okay wie kommt die Kutschi rein was für eine Öffnung hier gewesen so schafft Lagerfeuer hier war schon jemand müsste eigentlich jemand hier gewesen sein so was haben wir noch jetzt neue Fähigkeiten erlernt überleben habe ich ja schon hä kämpfen habe ich jagen habe ich okay dann werden wir wieder kämpfen oh die sind falsch getippt aber egal so Waffen 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 der Wickelgriff verbessert die Handübung des Bogens und ermöglicht eine schnelle Ziegelgeschwindigkeit die um die äh mit Leder Wickelbogen reduziert die Fingerspannung für solche Haltezeit Haltezeit ist gut äh was gibt's da noch okay beide hm noch was so jetzt meine Axt Hacke so nur verbessert noch was sag ich mit Bekleidung Waffen wechsel vor 19 vor vor